Ja Moin und Willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir und ich habe keine Ahnung, warum ich in letzter Zeit immer Probleme habe mit Fortnite, aber er zeigt mir einfach meinen Skin nicht an. Nichtsdestotrotz soll es heute um den Gegenstand-Shop gehen, den wir heute in Fortnite neu bekommen. Ich würde sagen, wir schauen mal direkt rein, ohne lange rumzuschnacken. Checkt mein Crack-Tack aus, METE-8, um mich kostenlos zu unterstützen. Wir schauen direkt rein und ich sage mal, viel Spaß. Ja, heute wird es ein etwas kürzerer Shop, aber wir fangen mal mit einem seltenen Moment an und zwar Pumpernickel. Für 500 V-Bucks könnt ihr euch das Ding holen, könnt ihr euch gönnen. Ich finde es ganz witzig, muss man nicht haben, aber wenn man es holt, dann ist es ganz witzig, kann man sich definitiv gönnen. Aber wir gucken auch mal direkt weiter, denn wir haben noch weitere Sachen. Raufboilden für 1200 V-Bucks, den Skin finde ich richtig cool und den kann ich euch sogar noch mal weiterempfehlen. Also den finde ich absolut geil, ich feiere den. Ist natürlich auch wieder Geschmackssache, aber schreibt mir mal gerne eure Meinung in den Kommentaren, interessiert mich auf jeden Fall auch. 1200 V-Bucks für den Skin ist auf jeden Fall angebracht. Den würde ich mir dann eher weniger holen, Hackerin oder Hackerin kann auch die Schwächen der Gegner entschlüsseln. Ein Teil des Übertaktungssets. 1200 V-Bucks für diesen Skin würde ich ehrlich gesagt nicht ausgeben, dann würde ich mir doch die Raufboilden holen. Aber wie gesagt, das könnt ihr natürlich auch mal selber entscheiden. Dann die 10 Battle Pass-Stufen und 500 Saison-EP für 600 V-Bucks. Sehr schönes Angebot, aber wie gesagt, ihr habt noch 5 Tage Zeit. Bis dahin endet die Season 7. Also die neue Season beginnt exakt am Donnerstag und ja, gönnt euch das dann auf jeden Fall, wenn ihr noch Stufen braucht. Ansonsten würde ich einfach nochmal ein bisschen spielen. Spitzhanker für 1500 V-Bucks, das Teil finde ich einfach viel zu teuer für diesen Preis. Also für dieses Ernstwerkzeug viel zu viel. Keine Ahnung, was sich Epic Games dabei gedacht hat, aber Leute, wenn ihr Bock habt, bitteschön. Ich würde es euch aber definitiv nicht empfehlen. Dann Elektroschaffel, dieses Emote finde ich cool für 800 V-Bucks. Zeige deine Moves auf dem Schlachtfeld, ist nice, gefällt mir sehr gut. Aber wie gesagt, einer der Emotes, die ich mir sogar selber kaufen würde. Dann kommen wir auch schon zu den vorgestellten Gegenständen, und zwar der Rabenskin. Für 2000 V-Bucks kriegt ihr den Rabenskin heute mit dem Eisernen Käfig-Rücken-Accessoire. Viele von euch haben mich sogar gefragt, wann der mal wiederkommt. Und heute ist er wieder im Shop. Ist zwar kein seltener Skin mehr oder ein OG-Skin oder sonst irgendwas, aber nichtsdestotrotz ein Skin, den der ein oder andere sozusagen gönnen möchte. Verwüstung kriegen wir selbstverständlich auch nochmal dazu. Bei dem Verwüstungsskin ist ein Special, denn ihr kriegt dazu nochmal einen Kondensstreifen. Ist sehr Special, gibt es nirgendwo anders. Bei dem nur bei dem Dunkeln oder bei dem Verwüstungsskin mit den dunklen Schwingen, kriegt ihr sogar noch dunkle Federn mit. Für 2000 V-Bucks also ein sehr, sehr gutes Angebot. Eisernaschnabel für 800 V-Bucks heute nochmal im Shop, also auch nochmal passend zum Set. Und gefiederter Flieger ist auch nochmal passend dazu. Also finde ich beides cool, kann man sich definitiv beides gönnen für 800 V-Bucks. Müsst ihr nochmal entscheiden. Wenn ihr V-Bucks braucht, kauft euch beides oder entscheidet euch für eins. Dann haben wir natürlich nochmal den Spinnenritter aus dem Teil Arachniden-Sets. Spinnenschild passend dazu, ich finde das Arachniden-Set nicht so cool, also ist nicht so mein Geschmack. Die Arachen haben wir auch nochmal dabei mit der Spinne, also langen Bein auf dem Rücken. 2000 V-Bucks auch noch für den Netzfetzer, finde ich cool. Ist ein reaktives Erntewerkzeug und für 800 V-Bucks sieht das Ding auf jeden Fall schon richtig mächtig aus. Und nochmal Flugweber als Hängegleiter für 1200 V-Bucks. Die Sache haben wir auch nochmal im Shop, aber das war noch gar nicht alles, denn wir haben ja gestern die neuen Skins bekommen und die bleiben heute nochmal weiterhin auch im Shop. Tiefsee macht und mit dem Octo-Tank Rückenaccessoire für 1500 V-Bucks. Dann natürlich nochmal Tiefseeschrecken für 1500 V-Bucks mit dem Atemschnecken Rückenaccessoire. Kranken, äh, Krakenhake habe ich auch nochmal für 500 V-Bucks, wollte ich nicht haben, aber Leute, tatsächlich hat mir das Gurke geschenkt. Also Gurkensoldat macht das bitte nie wieder, das Ding ist abgrundtief hässlich. Genau, ziellos für 1200 V-Bucks, auch nochmal heute im Shop, auch in der Luft abtauchen, Teil des Tiefsee-Sets. Ich finde den Shop heute ganz okay, man kann sich da einige Sachen gönnen, die Raufboldung kann man sich gönnen, Elektroschaffel, Pumpernickel kann man sich gönnen, Verwüstungsskin finde ich cool und, ähm, ja, den Rest muss man nicht haben, wenn man Bock drauf hat, dann bitteschön. Schreibt mir gerne auch mal in den Kommentaren an, sonst würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video, lasst gerne einen Like, da hat ja auch ein Abo, da lasst nochmal nichts mehr zu verpassen, und dann gerne auch mal ein Create-Tech auschecken, METE-8 ist komplett kostenlos und ihr unterstützt mich damit. Wir sehen uns im nächsten Video, ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.